ja hey willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zurück zu let's play test of the trailer 2 in der letzten folge haben wir noch ein paar kolosseum waffen gefarmt und jetzt machen wir uns auf zur elite challenge im wechselmodus und zwar für 3000 galt mit ludger und er ist natürlich selbstverständlich es kostet nur 3000 galt hat macht mich irgendwie nervös weil kann er nicht so schwierig sein jetzt kommt er erstmal wieder genau das was wir schon kennen und dann anderes ich mache mit den stollen weiter als vergewacht ich glaube ich kriege einen fehlbonus bei euch nächstes nein da waren noch zwei wie hier geht auf release ich glaube spinne einfach so gerettete weg du auch du auch du auch einfach alles weg schießen wenn man den quer kommt ich die waffe gewechselt ich habe mich mal an der hand ging ins glück ich werde mich mal an der hand ich werde mich noch mit dem raum ich will mich noch mal verarschen jedes mal wenn das gerade vorbei ist taucht der typ auf gibt es noch nicht aber schießt sich jetzt ab nicht mehr machen er ist bitte nicht so eine andere angehen wie angreifen schießen ein bisschen beschleunigen ja also aber wer war das wie abgabe spinne warum geht der aufgelistos ich bin auch ja eine güte sonnig auf die kleine nix ja ist gut wie wenigstens ich weiß ich bin aus und muss ich nicht immer wieder betoben auch wenn es war wir uns wieder hier an zündet wollte ich sagen da frage ich doch hier den computer was neues du bist natürlich abgetaucht noch mal schafft dort nicht ja und wollte auch ein spartverdienst machen okay irgendwann weiß ich doch ja der angriff da ist da ist noch gleich wieder herr über angreif so 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 und pink power voller vertrieben stark und sag mal weite richtung so jetzt kommt mal neu beim thema noch lange über so weiß ich wie habe ich ein bisschen fahren kann fp also sehr gut euch fücher höhen wolf von dem ding quatsch nicht von einer welt mit kreuzung waren wieder andere fücher laufe auch ab zu werden ganz ehrlich auch damit nicht witzig keiner findet hat sich auch damit beim wieder so ein trache kommt am ende so ja so 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 oder irgendwie nicht ihr seid so 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 auf damit abzuwerden sagt so ja ich kann mir auch frauen ich weiß geht noch weiter wie ok was sagt denn da bist du denn der riesig feuer drache setzt und eben ein eis chill mal dich so ungefähr sind die elite kämpfe übrigens auch was 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 zum top wir machen die hier noch mal hier war war jetzt nicht so vereinbart zum teufel ok wir kämpfen gegen ringer und gaios super hier muss jetzt verlaufen was heißt auch ohne nachzudenken jetzt erst mal verdammt was mein tornt machen wow geil es war super warum ist geiles mehr angeschlagen als winger wir haben wir sind auf links los gegangen auf und hilfe hilfe aber hier so geht auch nach deswegen wahrscheinlich schnell auch damit einfach denken wir uns vor verfasst was vielleicht doch jemand anderen mitnehmen sollen weil ließ es nicht so zum überleben geeignet bei sowas hat er irgendwie folger wenn wir jetzt gewinnen würden wie die katze auf da ist eingeschlagen vielleicht kann ich noch mal ein dinges machen mein matos so egal ein so ist vorsichtiger er sieht man auch irgendwie ich hatte ich irgendwie gestand werde von angriffen in meinen komatis formen ja auf gott wir sind sowas von tot geh weg das glück stehen die beide so nahe beieinander wenn die verbunden sind mach mal dein oberle mit weg halt nur einmal er ließ angegriffen macht dann eure oberle mit weg alter ja so als meyer hat das nicht so gemacht jetzt resistent gegen feuer super gut 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 vielleicht mit schwert kämpfen aber egal es ist ja eigentlich auch ein champion gewesen und schauen du aber trotzdem muss da jetzt nicht sein so und das kein schwein verstehen was ich sage dabei ist noch jemand kommt ne ich bin da mein commandos willst du eigentlich ich glaube wir setzen mal wieder mein schwert ein nicht du nicht na ding zwar zu anträchtigen schwert aber jetzt nicht mehr du hast glaube ich mehr kapier als da ja ausgegeht das eigentlich schwert kam kommen und ließ ja gar nichts dafür danke ist ja das ist ja das ist ja eine gitte hat die beiden auch kommen wie gesagt da es war ja der champion irgendwie als kind schon ja im kolosseum wird der hier vorkommt wahrstieg ja warum bingol egal wird schon seine kunde haben und jetzt bingt power sieht hat wenig ab dann ja auch verwerte habe ich noch mal okay ja auch 116 und so hier kommt was wert ich darf ich nicht steh auf nein verdammter dreck kein schweib versteht was ich sag ich lebe noch was willst du eigentlich war sehr geil und schon sein müsste gar nicht ich wie ich die falten angrehen reisige falten ja ich habe keine musik mit der runde und sehr gut ja ja was aber noch nicht schnell ja wir müssen wahrscheinlich gegen alle charaktere kämpfen wie im ersten teil kann ja wahrscheinlich auch noch kommen wechseln musik nur 1 ein großartig was die anmutige dieses kampfwerk soll wohl von dem meister schmied karl ist ja gestellt je länger du im kampf verbunden bleibst desto stärker werden sie was also geil wie der hammer den ich jetzt ausgerührt habe tregatoria der brüllende dämon ein verflugter starb der aus dem holz des verbotenen baums gefährlich wurde er hätte in den kampf erlittenen schaden ach da müssen wir jetzt auch mit dingens machen einen charakter ja aber nicht mehr in dem part hier ich habe freigeschaltet verdammt muss ja hat auch noch alles machen 14 minuten gedauert weg mich ich habe ich doch alles nicht ja ich tue jetzt random irgendwie den durch die gegend schicken wo sitzt hier warum ist denn zu stark haben wir sind so stark genau geil aus die dinger okay je länger verbunden bist du stärker werden die also nicht kann man irgendwie nicht so vor allem mal wo die müßigkeit von release voll stark ist aber sehr lange ich finde ich gar nicht steuer wenn ich hier hat schaffe so ich habe noch nicht die spitze erreicht ich muss wahrscheinlich immer noch mehr machen soll ich den passen jetzt beenden oder was habe ich auch was gar nichts erreicht habe ich sorgfühl das jetzt mit jedem charakter noch mal zu machen natürlich ganz schön dauernd hier würde ich meine sachen die man alle herstellen können weil es braucht eine schwarze perle verwirrungsband und so keine ahnung da wäre ich wahrscheinlich aufs grün hier wieder mit jedem charakter das kolosseum wir machen im gruppen modus im wechsel modus auf elite und dann sehen wir uns wenn ich wahrscheinlich hoffentlich irgendwie was anderes freigeschaltet habe woche einen moment war ich jetzt noch mal zur vegana mine weil warum nicht da das war immer noch nicht dass wir irgendwas bekommen aber man kann ja gucken wer weiß vielleicht war war wird dann noch mal eine hier tempel der zeilen wälder da muss ich hin ich glaube ich ist meine gruppe da verändern ich habe irgendwie eine mission angenommen nachdem ich irgendwie erger in der totalen kluft nummer acht abgeschlossen habe da habe ich eine mission angenommen die habe ich noch gar nicht abgegeben ich idiot erger in der totalen kopf habe ich auch gegeben aber ihr film fatal teil 2 mit gar elven lea horn 111 ne quatsch nicht hat hier auftrag der schwein der schreien jungfangen gruppe alle anfangen bitte kommt schnell orte tempel exhalenwälder der große geist der ewigkeit greift uns an bitte kommt zum tempel exhalenwälder schnell oder ist ein kampf ok dann machen wir den wohl im nächsten kampf würde ich sagen ja okay hier tempel exhalenwälder wollte schon sagen na gut dann machen wir das wohl im nächsten part habe ich so das gefühl ich könnte mir sogar sogar vorstellen ich weiß genau was das ist wenn das was mit dem ersten teil zu tun hätte vielleicht naja ich würde sagen da machen wir in der nächsten folge von netzwerk zähle zwar ich danke ich alles für so schon sagen tschüss bis zur nächsten folge